moin leute und willkommen zu einem neuen video eine neue staffel ja also ich habe selbst nicht mal auf die also sorry die andere staffel color vor jugoslawien ich glaube da der da wird nichts mehr also also eine neue staffel jetzt blitzkrieg als frankreich spiel ich und großbeteilig und ich tun gerade deutschland vernichten zu versuchen und ja kampfstoffe zerstört durch 16 panzer der version warum einfach mal kurz die infrastruktur struktur von deutschland zu stören also mein teammate italien wird jetzt gerade vernichtet von den amerikanern das ist nicht gut aber gut ist es dann kann großbritannien was ist das denn jetzt halt stop dann los angriff außerdem grüße ich nämlich großbritannien slim boy 37 wenn du das video hier siehst dann ja grüße ich dich einfach genauso grüße ich auch user 405 167 19 italien spanien user 407 11774 der zufallsweise lasse heißt wie mein freund bester freund und nämlich auch türkei nämlich xeno blade unterstrich das ist gut ich habe nämlich schon von kuba etwas zerstört 1931 die beliebteste nation bin ich nicht dabei dafür bin ich die zweitvermöchtigsten armee in der welt zeiten besseres geschütz zu machen oder auch nicht das wird aber besser sein sie und ein Dann würde ich sagen Deutschland, bye bye, rest in peace Dafür, dass Deutschland offline gegangen ist Boah, einfach wie Sowjetunion, wie von KI-Polen plus KI Finnland auseinandergenommen wird, das habe ich noch nie gesehen Genauso wie Schweden von Norwegen Und warum hat jetzt bitteschön Dänemark die Hauptstadt von Norwegen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn Köln ist gefallen, oi Ich zerstöre jetzt einfach aus von meinen Kampfstaffel Dann habe ich eben mehr Verluste, aber wenigstens sind die dann kaputt gegangen Und ich habe Deutschland Schaden hinzugefügt Ich bin einig, ich bin einiger Weg Wenn ich das nicht in frankfurt ist kein flieger ich werde lieber doch nicht na ja gerade habe ich mehr verluste als deutschland selbst wegen auch nur so wegen meinen fliegern kommunitären geh raus aus der koalition oder so möchte dann für seine mit großbritannien rein kann große bündnis ernsthaft jetzt ich hoffe nicht dass die amerikaner oder so mich angreifen wegen weil diesen an dem bündnis von türkei oder mit türkei die amerikaner sind anführer was zum teufel hat jugoslawien dafür namen what the hell oha tschüsch ey yo wagst du es es ist zu laut wagst du es mich anzugreifen deutschland das erste mal in deiner geschichte das wird dir nicht gelingen das wird dir nicht gelingen das ist ja der totale krieg oh junge was haben die da für eine panzerdivision nicht mal ansatzlos stark wie die britische division was zum teufel nicht mal ansatzlos stark wie die britische division was zum teufel örtliche industrie sind immer gut in so welchen provinzen vor allem da vor allem da weil ich brauche unbedingt mehr manpower genauso wie stahl nahrung und öl mann das kann ich nicht bauen oh my god ich hab ja fast gar keinen schaden damit gemacht oha ich versuch's mal vielleicht ist dann mein kampfstaffel schrott was auch immer mein kollege großbritannien tut schon gut schaden machen an deutschlands marina genau so durchdringt auch deutschland ja was macht der eka staffel jetzt da das macht doch gar keinen sinn die musik nerf junger ich glaube ich werde schon in kuba kommen ohne dass die irgendwas kaputt machen von mir weil wenn ich schon hier nichts haben dann ja ein gebäude das wird aber zerstört bald wenn dann ist es schon jetzt zerstört hat ernsthaft spanien verlorenen pronto gegen portugal ist klar und spanien ist doch im krieg mit großbritannien was komisch sind hier mehrere leere zeichen oder woher ich finde es so wichtig was wichtig lustig wie einfach zwei kis sowjetunion zerstören und geh doch nicht durch italien du dumm kopf man sieht doch dass diese k ist so dumm manchmal also die automatischen weg generierungs wege keine ahnung was ich gelaber nein zählen zufügen geht doch ich würde dann noch sagen das war's mit dem video also dann ciao